Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellarz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellarz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja Tom, gleich mal eine starke Frage zum Anfang für dich. Was hast du denn so gelernt in den letzten Monaten oder man muss ja jetzt leider schon sagen Jahren? Na ja, also gelernt. Ich hoffe ziemlich viel. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man sich in diesen unwägbaren Zeiten immer neu erfinden und entwickeln muss und daran auch den Spaß nicht verlieren sollte. Also das ist so diese regelhaft neuen Herausforderungen auf allen Ebenen, ob privat oder beruflich oder so. Die sind schon echt spannend. Da lernt man viel. Und ich habe gelernt, dass ich dafür offen sein muss für diese Herausforderung, dass ich da am besten auch den Spaß dran haben sollte. Und wie ist es bei dir? Was hast du gelernt? Ich habe mein Spanisch wieder aufgefrischt. Und ansonsten habe ich natürlich genau wie du auch viel gelernt über Corona, über Infekte, über Immunologie, ganz viele neue Wörter gelernt in dem Zusammenhang. Weswegen ich das gefragt habe eingangs war, warum die Regierung eigentlich anscheinend zu wenig gelernt hat. Warum wir jetzt immer wieder vor dem Problem stehen, dass Maßnahmen beschlossen werden, sofort wieder zurückgenommen werden. Warum ich so das Gefühl habe, wir rauschen diese vierte Welle rein und obwohl es angesagt war, sind einfach die vollkommen falschen Maßnahmen getroffen worden. Ja klar, ich glaube, das ist halt dem geschuldet, dass das immer noch für uns alle eine unfassbar neue Situation ist. Und dass sich Politik in Zeiten von Wahlkämpfen und einer politischen Neuorientierung, einer gesellschaftlichen Neuorientierung manchmal nicht anders zu helfen weiß, als sich zurückzuziehen und viel zu lange zu warten. Und dafür bekommen wir die Quittung und letztlich in so einer freiheitlich aufgebauten und föderalen Gesellschaft, wie wir es sind, da ist es halt auch schwer, einen starken Konsens anscheinend zu formulieren und darunter leiden wir gerade. Ja, total unbefriedigend und auch wirklich bedrohlich, ja. Also ich habe wirklich auch nicht verstanden, man mag da, weiß ich nicht, rechtspolitisch die Begründung dafür haben, dass man jetzt diese epidemiologische Lage, epidemische Lage so, dass man die epidemische Lage nationaler Tragweite beendet. Aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt genau das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt war, weil irgendwie dann doch bei vielen Leuten hängen bleibt, ach ja, Corona ist ja jetzt vorbei. Auch wenn natürlich alles draußen genau auf das Gegenteil hindeutet und wir jetzt wieder Zahlen hinkommen, wo wir vor einem Jahr alle in den Lockdown gegangen wären und jetzt wird das geändert. Jetzt legen zwar die mutmaßlichen oder die voraussichtlichen Ampelkoalitionäre einen Gesetzentwurf vor, wo viele Sachen wieder ermöglicht werden, die ja eigentlich sonst national hätten geregelt werden können, sodass sich am Ende nichts ändert. Aber was mich daran so stört, ist, dass dieses Wording da ist und dass damit irgendwie auch so ein bisschen das Verständnis bei den Leuten da sein könnte, wir haben es jetzt überstanden. Ja, genau. Also wir haben eigentlich ein Freedom Day verdient sozusagen, das Wort kursierte ja auch, ob sinnvoll oder nicht, dahingestellt. Aber ich habe wirklich das Gefühl... Nicht sinnvoll, finde ich. Nicht sinnvoll? Nein, auf keinen Fall. Absolut nicht sinnvoll. Schon das Wort an sich schon nicht und auch die Bedeutung nicht, die ihm in dem Zusammenhang beigemessen wird. Aber sorry, ich bin ja reingekrätscht. Ja, alles gut. Aber ich finde halt auch, das ist in der Situation, in der wir uns befinden, zeigt das auch wie die groteske Wahrnehmung, die immer noch zu viele Leute haben und anscheinend auch viele Leute, die die Entscheidungen treffen in diesem Land, ob in der Politik, in der Verwaltung, in den Bund, in Ländern, aber auch bei den Medien zum Teil. Ich sehe da ja eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und nochmal, man kann ja gerne diese Notlage für beendet erklären. Das heißt aber nicht, dass sie zu Ende ist. Und wenn du jetzt gerade Menschen fragst, die in den Intensivstationen, in Krankenhäusern arbeiten, in der Pflege oder sonst irgendwo, die werden einfach nur im Kopf schütteln. Ich glaube, die können gar nichts mehr sagen. So fassungslos sind die über dieses große Missverständnis, was hier passiert. Und wir hören Land auf, Land ab jetzt nur noch davon, 2G, 3G, 2G plus, minus, keine Ahnung. Ja, wir sind alle total verwirrt deswegen jetzt schon wieder. Und das zeigt, dass wir in einer Notlage sind, weil diese Verwirrung nicht ersetzt wurde durch Klarheit, durch eine klare Positionierung auf allen Ebenen, sondern ich finde auch diese große Verwirrung, dieses Nicht-Wissen, wie es weitergehen soll, das zeigt am Ende auch, dass wir uns tatsächlich in der Notsituation befinden. Ja, die Politik, die ja genauso willkürlich fast darauf reagiert, auf die neuen Gegebenheiten, die aber, wie du es gerade schon gesagt hast, eigentlich vorhersehbar waren, dass es genauso kommen wird. Und dann wurde versucht, mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests die Impfbereitschaft zu erhöhen. Das hat leider nicht so geklappt. Alle haben gesagt, wir verlieren das Infektionsgeschehen aus dem Blick, wenn wir diese Tests zurückfahren. Und genauso ist es auch gekommen. Jetzt werden sie wieder eingeführt, was auch mit einem riesen Aufwand verbunden ist für die Leute, die das machen, was für die Leute, die sich testen lassen müssen, hier oder da, ob sie geimpft sind oder nicht, zu einer riesigen Konfusion führt. Und jetzt soll das Ganze auch noch auf Landesebene mehr verlagert werden. Also ich warte darauf, dass wir irgendwie in einzelnen Bundesländern Linksverkehr einführen und in anderen nicht, weil das vollkommen unübersichtlich ist. Du hast mir das gestern erzählt, bei Terminen, die ihr zum Teil habt, in verschiedenen Bundesländern mit anderen Unternehmen, dass ihr da schon gucken müsst, wie verhalte ich mich hier, wie verhalte ich mich da, was gilt, was nicht. Weil wir natürlich immer darauf achten, alles möglichst 2G plus, 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 plus einzuhalten. Aber dass es da, diese Einheitlichkeit und Klarheit fehlt, das macht es für alle wirklich unfassbar schwierig. Genau. Und das, was mich umtreibt, ist natürlich, wenn man nach vorne schaut, will man ja immer eine Änderung haben. Also ich finde, und eine Verbesserung insbesondere, das ist ja das, was wir jetzt brauchen. Und ich weiß nicht, ob es so richtig klug ist, wenn sich dann die Großkopferten dieser Nation vor die Kameras stellen und dann zunächst mal die Verunsicherten, darunter auch viele Nicht-Geimpfte, aber auch, ich kenne auch viele Geimpfte, die mittlerweile verunsichert sind, also die sich fragen, soll ich jetzt boostern oder nicht? Ja, weil diese Frage eben auch nicht klar in der Öffentlichkeit beantwortet wird. Und dann ist dann da zum Beispiel von der Tyrannei der Ungeimpften die Rede. Das hat Montgomery, der Weltärztepräsident, gesagt, die Tyrannei der Ungeimpften. Und das sind schon so Wörter, wo ich so denke, wow, da kommt mir jetzt gleich einer noch mit Adolf Hitler und Nationalsozialismus um die Ecke. Und das ist halt falsch. Somit wird man keinen gewinnen, wenn man solche Begrifflichkeiten verwendet. Also ich bin ja auch da, seit vielen Monaten diskutieren wir darüber und von Anfang an der Meinung, man hätte sehr viel schärfer über eine Pflicht zum Impfen, hätte sprechen müssen, gleich zu Beginn, um den Startpunkt für alle gleich zu gestalten. Und jetzt spüren wir, dass diese Debatte auseinander treibt mit allen Folgen, die das in der Gesellschaft haben wird. Und wir sehen es bei den Demos am letzten Wochenende in Leipzig. Wir sehen es auch an der Art der Berichterstattung, an der Kommentierung. Diese Zerfaserungen, die da jetzt um sich greifen, das ist ein viel zu schönes Wort für das, was da gerade passiert. Das ist echt schmerzhaft. Und ich habe auch wirklich da, da denke ich auch, da fehlt mir auch eine klare politische Agenda. Da schweigt die Politik viel zu sehr. Ja, weil sie sich, glaube ich, bei der Frage der Impfpflicht auch sehr, sehr schwer tut. Also da hat sich ja nun Gesundheitsminister Jens Spahn und auch andere aus der Regierung sehr früh festgelegt, haben gesagt, das wird es bei uns nicht geben. Das finde ich war falsch. Also wir haben ja wirklich hier schon drüber gesprochen. Ich war immer der Meinung, man muss erst alles ausreizen, bevor man es macht. Man hätte aber auch kommunizieren müssen. Wenn das alles nicht hilft, dann werden wir über eine Impfpflicht sprechen müssen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade gekommen. Der mag jetzt ungünstig kommen, weil natürlich die, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen, genau das genau sozusagen auf deren Gegenargument einzahlt, dass sie jetzt hier auch noch gezwungen werden und so. Ich bin nicht sicher, ob das nicht trotzdem jetzt an der Stelle eine berechtigte Diskussion ist, ob man jetzt nicht auch verfassungsrechtlich sagen könnte, es sind jetzt alle Mittel ausgeschöpft. Und der Staat hat natürlich auch eine Daseinsvorsorge sicherzustellen für alle anderen und muss sich auch um die Gesundheit aller anderen kümmern. Und da gibt es, finde ich, schon Hinweise, dass jetzt andere eben doch massiv darunter leiden, dass ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung das einfach ablehnt. Und nicht aus medizinischen Gründen, sondern einfach aus Überzeugung. Also wir haben weniger Darmkrebs-OPs zum Beispiel. Und das ist nicht, weil es weniger Darmkrebs gibt, sondern die werden zurückgestellt. Und diese Menschen sind davon betroffen jetzt. Oder Mammographie-Rückgang erwartet man jetzt mit einer stark ansteigenden Mammakarzinom-Rate in der Bevölkerung, weil das einfach alles zurückgestellt wird. Und jetzt, bevor ich jetzt anfange, über Kinder zu reden, frage ich mal ganz, ganz direkt, wie denkst du über das Thema Impfpflicht? Über das Thema Impfpflicht? Also ich kann ja nochmal sagen, ich habe vor vielen Monaten schon gesagt, ich bin für eine Impfpflicht und ich bin insbesondere für eine intensive Debatte gewesen, zur richtigen Zeit, nämlich bevor das richtig losging. Zur Erinnerung, wir impfen seit Dezember letzten Jahres. Wir impfen ja nicht erst seit zwei Wochen oder seit zwei Monaten, sondern schon sehr viel länger. Und ich glaube, dass es super gefährlich ist, gesellschaftliche Impfpflicht, wenn eine Mehrheit, die geimpft ist, und da sind wir ja, zwei Drittel der Bevölkerung sind geimpft, wenn eine Mehrheit jetzt natürlich sagt, jetzt muss ich der Rest aber auch impfen lassen. Und dann zwingen wir eine Minderheit und stellen die in die Ecke. Das passiert gerade. Ich glaube, das wird nicht mehr zu Diskussionen oder zu einem Diskurs führen, sondern zu handfesten Auseinandersetzungen. Und ich glaube, das eskaliert gesellschaftspolitisch. Das darf man nicht machen. Das ist super gefährlich. Und auch, du hast vollkommen zu Recht gesagt, ein Beweggrund war ja, keine Impfpflicht einzuführen, dass alle gesagt haben, oh, da müssen wir alles andere ausreizen. So hast du es eben formuliert. Ist das denn passiert? Nein, es ist nicht passiert. Es ist doch nicht passiert. Wie war denn noch vor ein paar Wochen diese nationale Impfwoche, die wirklich im Sande verlaufen ist? Wer hat denn da alles nicht mitgemacht? Warum wird in Apotheken nicht geimpft? Warum hat es da monatelang keine Impfangebote gegeben? Warum hat Impfen nicht genauso selbstverständlich in Stadien stattgefunden, wie mittlerweile wieder Fußball stattfindet? Und das ist der Fehler. Der Fehler ist, dass wir uns nicht genug Mühe gegeben haben, und dass jeder relativ schnell wieder, übrigens alle Geimpfte wie Ungeimpfte, nach den eigenen Bedürfnissen, nach den eigenen Freiheiten gestrebt haben. Und jetzt stecken wir wirklich, glaube ich, gesellschaftspolitisch in einer Falle. Ich wäre für Impfpflicht gewesen. Ich bin heute nicht mehr dafür. Das kann ich klar sagen. Das geht jetzt nicht. Ich bin geimpft und ich bin auch für Impfen und ich will auch jeden überzeugen. Ich sage aber, Impfpflicht in dieser Situation, dass eine Mehrheit entscheidet so, und ihr lasst euch jetzt impfen und mir ist das Verfassungsgericht und alles egal. Das geht halt nicht. Da müssen die Menschen von mir aus mit den Konsequenzen leben. Aber das geht nicht. Ich finde nicht egal. Das Bundesverfassungsgericht würde sich ja sehr wahrscheinlich damit befassen müssen, wenn es zu so einer Impfpflicht käme. Aber es ist wirklich spannend. Also hört euch gerne nochmal diese alte Folge an, wo wir hier über Impfpflicht gestritten haben. Weil es ist ja unsere Haltung so ein bisschen gedreht hat. Also ich bin nicht pro Impfpflicht jetzt klar. Aber was man schon, finde ich, sehen muss, ist, dass das einfach auf dem Rücken anderer ausgetragen wird. Also wir sind jetzt in so einer Inzidenzlage, wo vor einem Jahr alles dicht gemacht worden wäre. Jetzt sind natürlich die alten Leute geschützt. Das ist die veränderte Situation, die extrem gefährdet sind von der Infektion. Okay, die sind jetzt rausgenommen. Aber die Kinder zum Beispiel werden jetzt einfach durchseucht. Das wird jetzt in Kauf genommen aufgrund der Entscheidung anderer, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Und das, finde ich, muss man diskutieren. Das ist nicht richtig. Wieso ist das nicht richtig? Ja, da muss ich einfach sagen, sorry, weil du die Debatte verkürzt an der Stelle. Das hat doch nichts mit der Impfpflicht zu tun. Das hat mit der Entscheidung zu tun, zum Beispiel, dass die STIKO, wie sie es schon seit Wochen hätte tun können und müssen und sich viel früher damit befassen müssen, dass wir zum Beispiel keine Ansage haben, was das Impfen von Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren angeht. Das hat doch nichts nur mit nicht geimpften Erwachsenen zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass nicht geimpfte Gruppen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche, weiter jetzt in die Schule geschickt werden, in die Kita, was natürlich total gut ist. Darum geht es doch nicht. Aber ich glaube, dass es unterschiedliche Aspekte sind, die man nicht miteinander vermengen kann. Eine Impfpflicht hieße ja dann auch, dass alle ab 18 müssen geimpft werden oder alle Deutschen, alle Frauen und Männer, weißt du, das muss ja geregelt werden. Das klingt so einfach, wir machen mal eine Impfpflicht, aber ab wann gilt die denn dann? Und wenn die nicht für Kinder und Jugendliche gilt, wie schützen wir die denn weiter? Wird das Virus sagen, ach nee, mit den fünf bis 16 oder 18 oder bis zwölf, da packe ich nicht an, da gehe ich nicht hin? Nee, wir sehen es doch genau anders. Ja, das Pai wird sich ja damit auch befassen und ich nehme an, die werden das auch irgendwann, diese Empfehlung aussprechen. Ich habe da schon großes Vertrauen in diese Institutionen, dass die das anhand der wissenschaftlich verfügbaren Daten machen. Kann ich beurteilen, wann das passieren wird. In anderen Ländern ist es schon so weit, da wird schon geimpft. Und das Pai ist ja da traditionell jetzt in dieser Pandemie, hat sich immer als etwas zurückhaltender gezeigt. Aber es gäbe natürlich trotzdem eine geringere Gesamtinzidenz und damit auch Gefährdung von Kindern, wenn ein größerer Anteil der Gesamtbevölkerung geimpft wäre. Und eins würde ich gerne mal noch mit dir diskutieren. Nee, in Zweifel, aber es hätte Fahrradkette. Das ist doch vollkommen, also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass sich Menschen impfen lassen müssen und sollen. Ja, aber es ist halt noch, es ist jetzt, dass die große Mehrheit jetzt und leider nicht eine übergroße, sondern nur eine große Mehrheit sagt. Und von denen haben sich ja auch einige schon unter dem Absingen schmutziger Lieder nur impfen lassen. Das darf man nicht vergessen. Ja, da sind ja nicht immer Grundüberzeugungen gewesen, sondern zum Beispiel betriebliche oder sonstige Verpflichtungen. Wir sehen zum Beispiel in weiten Teilen in der Pflege wirklich eine, dass hohe Prozentzahlen der Belegschaft sich nicht impfen lassen wollen. Die sind höher als der bundesweite Durchschnitt. Das sind alles Erwachsene, das sind keine Kinder und Jugendliche. Aber Tom, ganz ehrlich, da würde ich sagen, ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, ich finde jemand, der andere Menschen pflegt, der muss geimpft werden. Und das Argument vom Spahn zu sagen, dann kündigen die, dann sind die aus der Pflege raus. Das finde ich, kannst du einfach nicht, das zieht einfach nicht, weil dann mit dem Argument könnten die sich ja alle möglichen Freiheiten nehmen. Aber in dem Moment, wo du Menschen pflegst, die auf dich angewiesen sind, finde ich, ist das ein No-Brainer, dass die geimpft sein müssen. Und das muss ein Arbeitgeber auch vorschreiben können. Verstehe ich überhaupt nicht, warum es das nicht gibt. Ich finde auch, dass das falsch ist, dass das komplett falsch ist und dass jetzt seit anderthalb Jahren da gepennt wurde. Seit anderthalb Jahren gibt es keine Gesetzgebung, hat man sich nicht getraut. Und ich frage mich persönlich auch, will ich Pflegekräfte haben, die der Meinung sind, dass sie andere, nämlich die zu Pflegenden, dieser Gefahr aussetzen? Ja, was ist da, das ist natürlich, da entscheidest du, ne, zwischen, was sagt man, was auch immer, Pest und Cholera oder halt Corona. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass sich wieder alle nicht trauen. Wir bewegen uns ja natürlich auch in einer Situation, wo die Regierung nicht, wir haben einen echten Regierungswechsel, wobei es ja nur ein halber, weil die SPD war auch schon vorher drin. Ja, ich würde mir jetzt einfach mal mehr Führungen wünschen. Das ist das, was uns seit Monaten fehlt. So Typen wie Jens Spahn, die so tun, als ob sie führen würden. Ja, der dann einfach sagt, so, also Notlage vorbei und bitte Freedom Day hier und da. Das sind genau die Falschen. Die brauchen wir gerade nicht, sondern wir brauchen jemanden, der sagt, passt mal auf, Leute, wir kriegen das hin. Das hat die noch Bundeskanzlerin Merkel ja nun im Frühjahr letzten Jahres getan, 2020, als sie in der Fernsehansprache klargemacht hat, dass es jetzt eine nationale Anstrengung braucht und die braucht es immer noch. Und da müssen Menschen untergehakt werden und die müssen mitgenommen werden und da müssen es auch impfgeantworten. Es kann doch nicht sein, dass wir die Notlage auflösen auf der einen Seite und sagen, verdammt, wir haben immer noch zu viele Ungeimpfte und überall werden die Impfzentren geschlossen. Ja, also da stimme ich dir. Das hat doch auch eine Unlogik, die ich unerträglich finde. Also da stimme ich dir völlig zu, was das Hü und Hott angeht vom Jens Spahn, Thema Impfzentren. Das mit den Tests habe ich gerade schon angesprochen, wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist, dass der sich jetzt da so einen ganz schlanken Fuß machen würde. Ich habe schon den Eindruck, dass das Ministerium da noch sehr befasst mit ist. Also zum Beispiel hat ja das BMG zusammen auch mit anderen Ministerien jetzt den Gesetzentwurf ausgearbeitet, den die zukünftigen Ampelkoalitionäre vorlegen wollen. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da wirklich gut zusammengearbeitet wird, dass da auch alle irgendwie das Interesse haben, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Sie machen es halt, glaube ich, mit den falschen Mitteln. Und das, ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn du jetzt eine Impfpflicht machen würdest, dass du damit Leute erreichen könntest, die jetzt keine Hardcore-Impfgegner sind, sondern die einfach irgendwie denken, muss ich nicht, ich warte noch so. Leider sind die Deutschen so, dass wenn es dann irgendwie so eine Verpflichtung kommt, dass es dann doch auch viele machen und das auf einmal dann doch nicht so ein Riesenthema ist. Und ich glaube, wenn du damit fünf, zehn Prozentpunkte gewinnen könntest, wäre schon viel erreicht. Ja, ich will da gar nicht so lustig spekulieren. Ich gucke einfach nach Österreich. Da sieht man lustige Fernsehbeiträge und Fernsehbilder von Menschen, die in langen Schlangen vor Impfzentren plötzlich stehen. Österreich hat noch eine schlechtere Quote als wir hier in Deutschland. Und was ist da passiert? Österreich hat gesagt, so, ab jetzt nur noch 2G und es gibt keine Sachertorte mehr. Wenn du nicht, also zumindest im Café, wenn du hier nicht 2G hast und auch kein Konzert und auch kein Fitnessstudio und nichts mehr. Und auf die Skipiste wirst du auch nicht mehr dürfen und sonst irgendwie. Und das würde es auch für Leute nur machen, die sich dann tatsächlich impfen lassen können. Weil sonst müsstest du ja die, die sich nicht impfen lassen können, davon ausschließen, wenn du sowas fährst. Ja, aber das ist doch, ja, genau. Und Kinder und Jugendliche auch, die sind ja auch noch nicht geimpft. Und das ist doch Quatsch. Ich glaube, dass man nicht über die Ausnahmen jetzt kommen muss, sondern dass man jetzt, glaube ich, eine konsistente Regelung und eine angemessene Führung braucht. Und das heißt für mich, dass dieser ganze Bund-Länder-Quatsch, den wir wieder sehen, du hast es schon gesagt, dass jedes Bundesland gerade eine andere Regelung macht und jeder Kultusminister und jede Kultusministerin sagt, ja, bei uns in der Grundschule mit Maske, ohne Maske oder auch nur in der ersten und zweiten Stunde oder dritten und vierten wieder nicht. Das ist alles Quatsch. Es braucht eine konsistente Regelung. Und insbesondere, ich bin für ganz klar 2G. Und dann in der nächsten Stufe auch, weil wir sehen, dass viele, die schon Impfungen haben und die Impfungen werden schwächer und wir haben immer noch keine klare Ansage zum Thema Boostern, wissen aber, der Impfstoff lässt natürlich irgendwann in seiner Wirkung nach und wird schwächer. Das heißt, wir brauchen eine 2G-Plus-Regel nach meinem Auffassen. Und zwar brauchen wir das bundesweit und überall. Das heißt, du bist entweder geimpft, genesen und am besten für bestimmte Großveranstaltungsformen muss man sagen, okay, und da gibt es auch noch einen Test. Und von mir aus ist der Kostenlose, der Staat bezahlt den. Das holen wir darüber rein, indem wir eben nicht 180 Millionen die Woche gerade dann für die Krankenhauseinweisungen bezahlen. Weil da hat es ja jetzt Zahlen aus Kiel gegeben, die sind ja frappierend und die zeigen, wir dürfen nicht darüber diskutieren, wie viel wir jetzt gerade staatlich für Tests ausgeben. Die sollen und müssen kostenlos sein und flächendeckend verfügbar. Und im besten Fall auch noch gute und schnelle PCR-Tests, weil das wird sich gesamtwirtschaftlich und insbesondere gesellschaftspolitisch rechnen. Also klare Regel 2G-Plus in Zukunft und weiter Impfangebote ausbauen, unterhaken und damit die Quote auch weiter erhöhen. Und ich glaube, dann haben wir Chancen. Ja, das ist ja das, haben wir uns ja gestern schon darüber unterhalten, was so ein bisschen fehlt daran. Es werden ja im Moment wirklich die Nicht-Geimpften sehr in die Ecke gestellt. Da wird ja wirklich gesagt, das ist jetzt die Pandemie der Ungeimpften, auf die wird viel eingeschlagen. Ich muss selber ehrlich zugeben, mich packt da auch manchmal der Zorn, wenn ich manche Argumente höre, warum sich Leute nicht impfen lassen oder vermeintliche Argumente. Das ist so ein Pseudoliberalismus, der mich wirklich auch an den Wahnsinn treibt manchmal. Aber ich sehe ein, man muss das irgendwie positiv auflösen. Und vielleicht bräuchte man da auch irgendwie nochmal mehr Testimonials oder wen auch immer, der die Leute abholt, der die auf einem anderen Weg erreicht, als es im Moment passiert. Weil die Impfwoche hat es nicht gebracht. Alle anderen Angebote bis jetzt haben es nicht gebracht. Ich habe gedacht, warum gibt es eigentlich nicht so etwas negative Kampagne, wie das mit diesen Warnhinweisen bei den Zigarettenpackungen ist. Warum gibt es keine große Kampagne, was das eigentlich mit den Leuten macht? Wir haben alle diese ARD-Doku gesehen über die Corona-Station hier in Berlin und wie schlimm das wirklich ist. Und ich glaube, das wissen wirklich viele nicht, was diese Krankheit mit Menschen macht und wie schlimm die sterben. Und selbst diese Long-Covid-Folgen, wie gravierend das für die Betroffenen ist. Und vielleicht müsste man das auch mit so deutlichen Bildern und einer deutlichen Ansprache nochmal weiter in die Bevölkerung bringen. Oder was meinst du dazu? Ja, das mag ja auch. Der abschreckende Faktor, das ist ja auch etwas, worüber wir alle reden. Ich glaube allerdings, dass das nur ein Teil des Ganzen ist. Und wesentlich ist doch die Frage, wie überzeugen wir? Und ich glaube, wir überzeugen nur, wenn wir das breit anlegen, wenn sich da alle verantwortlich fühlen, wenn wir tatsächlich uns auch solidarisch verhalten. Und das heißt im Moment auch, wenn ich dieses Ziel erreichen will, diese Menschen noch zu überzeugen, dass ich sie auch selber überzeugen will und dass ich ihnen nicht vorwerfe, dass sie doof sind oder dass sie Schwurbler sind alle und dass ich sie alle in einen Topf werfe, sondern dass ich mir mehr Mühe gebe. Anscheinend haben wir das versäumt. Und das darf man auch sagen, dass man das deswegen trotzdem doof finden kann, dass die sich da unsolidarisch bis hierhin verhalten haben, finde ich vollkommen in Ordnung. Ob man das dann jedem sagen muss, den man gleichzeitig überzeugen will, das halte ich halt für selber dann doof und dusselig. Das sollte man vielleicht nicht tun, sondern mehr Kraft investieren jetzt in positive Energie. Solidarität heißt eben auch in der Kommunikation, Solidarität einfordern funktioniert nicht einfach nur mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern muss man Menschen, Ulla Schmidt hat das ja mal gesagt, ich sage das immer wieder gerne, die Menschen wollen in den Arm genommen werden. So und das haben wir versäumt, weil Wahlkampf war, weil sich mit... Ich will die aber nur in den Arm nehmen, wenn die geimpft sind. Ja, aber kommen wir doch jetzt. Jetzt soll ja wieder in Köln lustig geschunkelt werden und nicht nur in Köln, in Mainz, in Düsseldorf, überall da, wo Karneval gefeiert wird. Und da ist es nun mal, Karl Lauterbach wirklich gehört zu den Propheten hier im eigenen Lande seit vielen Monaten. Da muss man ja sagen, der hat seine Position gehalten und der hat gesagt, Leute, lasst euch impfen und es muss so sein und wir müssen da weit mehr tun und Gas geben und seid vorsichtig, die nächste Welle kommt. Und er macht und tut. Aber natürlich, Beispiel Karneval, jetzt soll ja, wir veröffentlichen ja rechtzeitig am 11.11. Ich weiß jetzt nicht, ob wir 11.11. veröffentlichen. Ich glaube früher. Aber, ja, da geht es jetzt seit einigen Tagen darum, soll da fett gefeiert werden oder nicht. Schunkeln auf Abstand ist halt ein bisschen schwierig. Geht dann schon, wenn alle das selbe Taktgefühl haben. Aber dann sagt ausgerechnet Karl Lauterbach, der eine Woche vorher gesagt hat im Fernsehen, also er sei kein Karnevalsjeck und fängt Karneval, da würde er am liebsten wegfahren. So, und wenn der jetzt den Leuten sagt, die Karneval feiern wollen und sich damit befassen, die sich darüber jetzt darauf gefreut haben, so lange, und wenn der denen sagt, Leute, nee, ihr könnt nicht Karneval feiern, weil gefährlich. Das ist halt, da bräuchte es halt sozusagen andere Protagonisten aus der Szene, keine Ahnung, Guido Kanz oder wie der heißt, die sich auf, oder die Höhner, die sie da hinstellen und sagen, Leute, ja, feiert schön zu Hause oder draußen und mit Abstand und mit Maske und dann haben wir alle Spaß. Irgendwie so. Und das ist das Problem. Wir brauchen Protagonisten, die ehrlich sind. Ja, das ist ja ein super Vorschlag. Der Karl Lauterbach müsste ja jetzt nur diesen Schritt gehen und zu sagen, okay, auf mich hören zwar viele, aber da bin ich halt der falsche Grundsäuge, weil ich Karneval eh hasse. Klammer auf, kann ich ganz gut verstehen, Klammer zu. Der könnte sich doch jetzt irgendwie da in Köln so ein Dreigestirn suchen und sagen, sag das doch lieber ab. Aber das, auf die Idee wird ja selber gekommen sein und wahrscheinlich sagen die dann, warum sollen wir jetzt die Ersten sein, die hier zurückschrecken, wenn dies und das alles passiert. Ich fände es auch schlauer, wenn jetzt gerade nicht Karneval gefeiert würde. Aber ich weiß nicht, ob man dann immer die Einzelnen dazu bringt, zu verzichten, jetzt nach einer so langen Pandemie und wieder auf Rücksichtnahme und in den Arm nehmen von Leuten, die es bis jetzt nicht gemacht haben. während die Stadien voll sind. Nochmal, ja, wir sagen den Karnevalisten, ihr dürft nicht jetzt hier rummachen und Karneval und Tritra Trulala und gleichzeitig gehen Zehntausende in die Stadien und feiern da Feste und auf dem Platz stehen Spieler, die nicht geimpft sind. Das ist absurd. Das ist wirklich vollkommen absurd. noch öffentlich machen. Du kommst in das Stadion nicht rein, weil es 2G ist und es sind ungeimpfte Spieler auf dem Platz. Finde ich lächerlich. Ja, es geht und es ist mir vollkommen egal, welcher Verein es ist. Es zieht sich ja nicht nur anscheinend durch Bundesliga-Vereine, sondern durch viele andere Sportarten und international dasselbe Thema. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein großer Schmerz, das mit ansehen zu müssen, weil das sind Leute, die auch davon leben, von öffentlicher Wahrnehmung und nicht nur von ihrem Fußballspiel, sondern davon, dass zig Millionen ihnen folgen, dass sie sie spielen sehen wollen und da geben die einfach ein schlechtes und mieses Beispiel ab. Und das ist was, da habe ich ein echtes Problem. Ja, und da kommst du, stell dir jetzt vor, da sagst du Impfpflicht und da sagt so ein Spieler, ja nee, Impfpflicht und mobilisiert seine Massen und seine Follower und was auch immer und sagt so, da treffen wir uns heute mal, weiß ich nicht, in München vorm Rathaus und sagen mal, nee, mit uns nicht Impfpflicht. Wir lassen uns hier nichts in den Körper spritzen. Dann viel Spaß bei der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ja, aber das ist, glaube ich, zeigt jetzt super zum Ende unserer Debatte das Problem, dass nämlich genau alle über diesen einen Spieler reden und nicht über die vielen anderen, die sich impfen lassen. Warum? Das ist vielleicht auch ein Problem von den Medien. Warum nimmt man sich nicht mal einen nach vorne, von mir aus aus derselben Mannschaft, der total proaktiv sagt, warum er fürs Impfen ist und das auch auf allen Kanälen verbreitet wird? Warum nimmt man da nicht die Positivbeispiele? Weil den jetzt da Ungeimpften, auf den einzuhacken, gebe ich dir recht. Das wird wahrscheinlich den nicht dazu bewegen, zu sagen, ach na ja gut, wenn das jetzt alle doof finden, dann lasse ich mich jetzt doch impfen. Das wusste der vorher. Du wirst immer Protagonisten für beide Argumente haben, für beide Seiten haben und die werden auch ihre Follower haben. Das heißt nur auf dieses, wir brauchen jetzt auf jedem Kanal jemanden, der dafür ist, das wird nicht funktionieren. Du wirst immer auch Gegner haben. Ja, und ich glaube, wir müssen auch mit, wenn man zusammenfasst, nochmal sagt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich glaube, weitergehen muss es. Wir brauchen in dieser so freiheitlich strukturierten Gesellschaft, das ist ja das Wunderbare in diesem Land, dass wir genauso aufgestellt sind. Aber die kommt halt in so einer Situation, das sehen wir seit vielen Monaten an ihre Grenzen. Deswegen, wir brauchen hier ein klares, wir brauchen jemanden, auch jetzt so, wie es Angela Merkel war, wir brauchen eine klare Politik, wir brauchen dann Verständnis, Bund, Ländern, Kommunen, alle miteinander, die jetzt nochmal sagen, okay, die nächsten Monate, wir müssen das überwinden, das überwinden wir nur, indem wir alles tun, um noch mehr Menschen zu überzeugen, indem wir schnell und einheitliche Lösungen finden und die auch durchsetzen, ob es nun die Kinder und Jugendlichen sind, die nun geimpft werden sollen oder eben nicht, was das Boostern angeht, 2G-Regel oder 2G+, egal, es braucht eine einheitliche Politik, ein klares Mandat und es braucht viele verantwortliche Persönlichkeiten, die sich dahinter aufstellen und die dafür werben, dass wir das dann gemeinsam auch schaffen. Das braucht es auch. Eine Gesellschaft braucht Beispiele, braucht Vorbilder und wir brauchen auch das Gleiche übrigens, darüber haben wir zu wenig gesprochen, aber eins würde ich nochmal sagen, in den Apotheken, ja, da sind 19.000 Apotheken, die jeden Tag positiv und beispielhaft in dieser Pandemie wirken und gewirkt haben bisher hin und ich hätte mir gewünscht und wünsche mir für die Zukunft, dass die eine andere Rolle bekommen, dass diese Rolle vorwärtsgewandter ist, dass sie zukunftsorientierter ist, das heißt, wenn es um Boostern, um Impfen, um Campaigning, um positive Wahrnehmung geht, um Testen, da müssen diese Apotheken ganz nach vorne geholt werden, da müssen die mitbenutzt werden, da sind 19.000 Schaufenster, da sind 160.000 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die gehören da an die erste Linie, ja, und das darf nicht in Hinterzimmern immer wegdiskutiert werden, sondern ich wirklich, dass die müssen auch mit nach vorne, genauso wie die Führung in Fußballvereinen, die ganz klar sagen muss, jeder andere Unternehmer, der alles dafür tun muss, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob sie auf einem Fußballplatz spielen oder ob sie in einem Bürositzenden arbeiten, dass die überzeugt werden, pass mal auf, lass dich impfen, das ist wichtig für dich, für deine Familie und fürs ganze Team, fürs Unternehmen, für wen auch immer. Und dann gibst du ein gutes Beispiel. So, und das waren jetzt meine heiligen Worte an diesem 11.11. Wir würden uns natürlich wünschen, dass es da mal auch ein gesteuertes Campaigning gäbe über die Apotheken. Das gibt es im Moment noch nicht. Vielleicht kann ja jeder Einzelne da aktiv werden. Wir werden auf jeden Fall das Thema hier weiterverfolgen, Corona-Impfungen, vielleicht auch stärkere Einbeziehungen der Apotheken. Wir gucken mal vielleicht in, keine Ahnung, vier Wochen, wo wir uns dann befinden, ob wir dann vielleicht doch wieder in einem Lockdown sind. Wir wissen ja, wie sprunghaft die Politik da doch leider ist in ihren Entscheidungen. und ob wir doch Weihnachtsgeschenke mit Maske 2G, 1G, 3G, 4G Plus im Einkaufscenter kaufen können. Ich bin gespannt. Das war nur mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Immer donnerstags, überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Und bei YouTube gibt es uns als Video. Da könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren, die Glocke anklicken. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge online ist und freuen uns da auch über alle Kommentare. Genau. Und auch über Bewertungen teilen, empfehlen der Podcast. Immer gern gesehen. Und uns liken. Add, nur mal so zum Wissen. Bei Instagram folgt uns. Das war es von uns. Vielen Dank für die Woche. Heute waren wir aber richtig gut. Viel besser als letzte Woche. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020